Auch du warst mal ein Kind und auch ich war mal klein und auch uns haben sie was erzählt. Und dann macht man das alles und versucht so zu sein und dann merkt man, dass einem was fehlt. Und dann verlernt man sich richtig zu spüren und man flüchtet sich in Kunst oder Konsum. Und während ihr fleißig Pläne macht, lachen die Götter sich krumm. Lasst eure Kinder mal was dazu sagen, hört ihnen richtig zu. Die spüren sich noch, die haben Feeling für die Welt, die sind klüger als ich und du. Und denkt dran, bevor ihr antwortet, ihr seid auch bloß verletzte Kinder. Am Ende gibt's wieder...